Hallo und herzlich willkommen meine lieben Aktienfreunde AMD vs. Intel oder etwas frei übersetzt 10-Bagger vs. Buy the Dip. Wir schauen uns die beiden Aktien an. Es gab ja vor kurzem Geschäftszahlen, neue Quartalszahlen, die fielen extrem unterschiedlich aus. Umsatz zum Vorjahresquartal bei Intel minus 4%, bei AMD plus 56%. Umsatzprognosen fürs laufende Geschäftsjahr, was noch ein Quartal hat. Intel plus 5%, AMD plus 41%. Es läuft rund bei AMD, während bei Intel etwas Sand im Getriebe ist. Stichwort Umstellung auf die 7nm Technologie. Das heißt aber nicht automatisch, dass AMD in Kauf ist und Intel nicht. Es hängt noch von mehreren Parametern ab und darauf gehe ich in diesem Video in. Ich versuche es aller Kürze ein. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich betreibe diese wunderschöne Webseite hier, Aktienfinder.net. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigen, Kursen und Dividenden zu profitieren. Wir haben hier auch kostenlose Aktienanalysen und unter anderem, wie du siehst, das ist jetzt das SAP, unter anderem auch AMD gecovert. Das war im Ende Juni, AMD Sternschnuppe oder Superstar. Da kannst du auch nochmal reinlesen. Da geht es nochmal ein bisschen mehr ums Detail, Geschäftsmodell und so weiter. Hier machen wir das Ganze etwas kürzer. Ich habe schon eine Watchlist, auf Deutsch Merkzettel vorbereitet. Hier sind dann wesentliche Aktien drin. Warum? Drei Xillings. Xillings wird übernommen von AMD. Deshalb sind die da auch drin. Ja, wenn wir das hier mal ein bisschen angucken, oben erstmal die Kennzahlen uns anschauen, dann sehen wir, dass Intel nach wie vor größer ist als AMD, doppelt so hoch, besüglich Marktkapitalisierung. Obwohl AMD deutlich, deutlich besser gelaufen ist in der jüngsten Vergangenheit. Guckst du hier die Kursgewinne an. Dreieinhalbtausend Prozent Kursgewinn auf fünf Jahre von AMD. Da passt also ein Tenbacker gleich gut dreifach rein bei Intel plus 30 Prozent und auf ein Jahr AMD den Kurs mehr als verdoppelt plus 130 Prozent. Intel im gleichen Zeitraum 20 Prozent verloren. Xillings, die hier übernommen werden von AMD, sind übrigens auch ganz gut bezüglich der Kursentwicklung hier dabei, haben ihren Aktienkurs im Laufe der Jahre vervielfacht und zwar, wie du das hier sehen kannst, recht stabil von der Kursentwicklung her. Gut, Intel interessant für diejenigen, die eine Dividende bevorzugen oder eine Dividendenstrategie fahren mit 2,9 Prozent Dividende nicht zu verachten. AMD wird auch die nächsten Jahre, da bin ich mir sicher, keine Dividende bezahlen, sich keine Dividende leisten können. Sie könnten es, hätten es tun können, wenn sie Xillings nicht übernommen hätten. Also da liegt ein Definitive Agreement vor für 35 Milliarden Dollar. Gut, Intel gucken wir uns mal kurz an. Da haben wir eine doch in Summe weiterhin erfreuliche Gewinnentwicklung, Umsatzentwicklung. Was MrMarket eben überhaupt nicht mag, das sind die negativen Aussichten, sinkende Cashflows, rückläufige Gewinne, Umsätze und auch die Margen sollen leicht zurückgehen. Solche Probleme gab es auch immer hin und wieder mal in der Vergangenheit. Es ist ein Hin und Her zwischen AMD und Intel. AMD ist zweimal vorgeprescht, hatten zweimal die Nase vorne. Jedes Mal hat Intel AMD wieder eingeholt und dann überholt. Ob es diesmal auch so sein wird, wissen wir nicht. Die Ressourcen aber von Intel sind da. Intel abzuschreiben wäre aus meiner Sicht grob fahrlässig. Was pro Intel spricht, das sind hohe Margen. Schau dir die Margen an. Die Bruttomarge 56% und die operative Marge 32%, auch wenn sie rückläufig sein soll, wird sie über 30% bleiben. Die operative Marge. Schau dir die Margen von AMD an. Die sind deutlich niedriger. Die liegen bei 13% die operative und bei 45% die Brutto. Soll hochgehen die Margen und die operative Marge dann hier auf knapp 25%. Wenn es weiterhin so schön läuft, wäre dann aber immer noch unter der Marge von Intel. Obwohl das ein sehr positives Szenario ist. Steigende Margen bei stark steigenden Umsätzen. Das ist natürlich das, was Mr. Market liebt und deshalb schickt er die Aktie auch gen Himmel ins Orbit hinein. Auf der anderen Seite siehst du hier, wie unzuverlässig Margen und dann in Folge natürlich auch Gewinne und also unzuverlässig Margen umsetzen und in Folge auch Cashflows und Gewinne, so muss es chronologisch richtig heißen, bei AMD gewesen sind. Guck dir mal den Zusammenhang an alleine zwischen der operativen Marge und der Gewinnentwicklung. Man sieht, wenn die Margen fallen, dann geht es auch mit den Gewinnen deutlich bergab und umgekehrt. Jetzt haben wir eben hier eine Phase, in der es rund läuft für AMD und entsprechend sind die Aktienkurse extrem stark davongezogen. Wenn du jetzt wissen möchtest, nein, bevor die Frage kommt bezüglich der Bewertung, um eine theoretische Kaufentscheidung zu treffen mit einer Renditeerwartung, ganz kurz mal Xillings angucken, die übernommen werden von AMD und das sieht doch mal richtig schön aus. Auch steigende Gewinne, steigende Dividenden. Mit den Dividenden ist dann vorbei, meiner Meinung nach. Also vergiss das, was hier hinten steht. Nach der Übernahme wird es keine Dividende mehr geben. Die Margen leicht rückläufig, aber immer noch bei 25 Prozent. Momentan auch ein bisschen eine kleine Schwäche hier beim Umsatz, aber in Summe ist es doch ganz nett, was wir hier sehen. Ja, jetzt da vielleicht noch die Frage, was macht Xillings? Die machen FPGA. Was CPU heißt, weißt du vielleicht schon, was GPU heißt, Graphical Processing Unit vielleicht auch. Was FPGA heißt, ich habe es ehrlich nicht gewusst. Das heißt viel Programmable Gate Arrays. Und die Dinger kann man auch programmieren, aber deren Programmierung übersetzt sich in Hardwareänderungen, während bei GPUs und CPUs die Hardware dieselbe bleibt. Und der Vorteil von diesen FGPA-Geschichten ist, die sind zwar schwerer zu programmieren, deutlich schwerer zu programmieren, aber sie rechnen noch schneller. Und da geht es dann halt um Datacenter, Hochleistungsanwendungen und so weiter. Und das ist nichts, worauf jetzt AMD gekommen ist. Ihr Vorbild war unter anderem Intel. Die haben nämlich bereits im Jahr 2015 Altera für 16,7 Milliarden US-Dollar übernommen und die haben genau das Gleiche gemacht. Also Intel ist in diesem Feld schon länger unterwegs. Kleiner Ausflug zu Xillings. Zurück zu AMD. Bleiben wir bei der Übernahme. Was heißt denn das? Ich komme jetzt doch ein bisschen vom einen ins andere. Schau dir hier an. Die Entwicklung der Bilanzpositionen über die Jahre. Das ist wie eine Art Tagebuch von AMD. Höhen und Tiefen meines Lebens. Das siehst du dann hier. Eine Höhe. Das war die ATI-Übernahme. Der Einstieg ins Grafikkartengeschäft. Und hat es geklappt. Also erstmal hier siehst du die Übernahme. Die Bilanzsumme ist gewachsen. Hoher Goodwill. Plötzlich 3,2 Milliarden US-Dollar. Gutwill auf der hohen Kante. Vorher so gut wie keiner. Nein, überhaupt keiner. Und natürlich dann auch noch Schulden gemacht. Und dann hat sich das nicht als erfolgversprechend erwiesen. Ging nach hinten los erstmal. Da ist dann der Gewinn eingebrochen. Hier siehst du die tiefen Margen. Negativer Free-Cash-Flow. Abschreibungen. Gutwill wird von 3,2 auf 1,9 abgeschrieben. Im nächsten Jahr noch schlimmer. Fast der komplette Gutwill schon aufgebraucht. Also massive Verluste hier. Hier siehst du dann die negativen Gewinne. Also die Verluste. Da stecken natürlich in die Abschreibung von ATI drin. Ganz übel. Guck dir hier noch die Schuldenquote an, wie sie steigt. Von 50% auf fast 100%. AMD am Rande der Pleite. Der Befreiungsschlag da ein Spin-off Global Foundries. Ihre zwei Fabriken in Texas und in Dresden. Fab30 verkauft, um Geld reinzuholen. Die Anteile verkauft schließlich, um zu überleben. Ab da Fabless unterwegs. AMD deshalb auch niedrigere Margen, weil sie weniger von der Wertschöpfungskette haben. Die müssen ja TMC bezahlen. Muss mittlerweile Intel auch, weil sie ja nicht so erfolgreich sind momentan mit der Umstellung. Aber naja. Und dann hier das lange Tal der Tränen von AMD mit Schuldenquote von teilweise über 100% hier. Ganz übel. Und jetzt die letzten Jahre hier, wie du siehst, geht's nach oben. Wunderbar. Richtige Richtung. Die Schuldenquote, die Schulden werden abgebaut. Schuldenquote 85, 80%, 71%, 52%. Und jetzt, und es sind schon die neuesten Zahlen drin, P für Preliminary. Das geht hier alles ganz schnell beim Aktienfinder. Schuldenquote von nur noch 44%. Und die ganze Zeit über immer neue Aktien ausgegeben, um eben nicht pleite zu gehen. Und sogar jetzt noch werden neue Aktien ausgegeben. Bei Intel genau das andere. Bei Intel werden Aktien zurückgekauft hier seit dem Sankt-Nimmerleins-Tag im Prinzip. Und dann dann auch eben das Ergebnis ein bisschen verwässert im Jahr 2019. Gewinnwachstum pro Aktie ausschließlich dem Aktienrückkaufprogramm zu verdanken. Ist natürlich auch nicht so doll, aber immerhin, du siehst es hier, schwarz auf weiß. Aber hier, was die Schulden angeht und so weiter, noch eine Menge Potenzial, Dividenden hier aus meiner Sicht absolut sicher. Auch wenn wir hier dann leicht rückläufige Ergebnisse, Umsätze, Gewinne und so weiter haben. Ja, beim einen läuft es rund, beim anderen läuft es nicht so rund. Aber das heißt noch nicht, dass du jetzt weißt, welche Aktie quasi ein besserer Kauf ist. Beziehungsweise ist es nicht das komplette Bild, was noch fehlt. Ist zum einen eine Anlagestrategie. Habe ich schon versucht zu erwähnen. Und das andere ist die Bewertung der Aktie. Denn davon hängt ja auch dein Risiko-Rendite-Profil ab. Gucken wir uns jetzt erstmal die Bewertung an von Intel. Und da können wir den Bewertungszeitraum auch schon so übernehmen. Habe ich schon mal vorgeguckt. Man lenkt jetzt ein Augenmerk auf hier die Multiples KGV von 12. KGV bereinigt, also auf den bereinigten Gewinn von 10. KGV von 7. Also das wird deutlich höher ausfallen bei AMD. Da siehst du dann auch ganz klar, welche Aktie der beiden Mr. Market bevorzugt. Gucken wir mal, wie es mit dem Risiko-Rendite-Profil hier so aussieht. Dann holen wir uns eben mal hier die fairen Werte rein. Und zwar alle vier. Schön bei Intel. Die Gewinnentwicklung mag nicht befriedigend sein für die nächsten Jahre. Aber sie läuft relativ stabil und stetig. Deshalb ein Musterbeispiel für die dynamische Aktienbewertung hier. Und dazu wir mal noch ein bisschen rein. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 45,64 US-Dollar. Du siehst, dass die ganzen fairen Werte basierend auf Cashflows und Gewinn oben drüber liegen. Das heißt, die Aktie ist unterbewertet. Ich zoome noch ein bisschen mehr rein. Wir haben nur einen fairen Wert Dividende. Laut diesem ist die Aktie annähernd fair bewertet. Wichtiger aber die echten Cashflows bzw. Gewinne, weil das entscheidet, wie viel so ein Unternehmen und insofern auch die Aktie wert ist. Wenn du jetzt wissen willst, wie hoch dein Renditepotenzial ist, dann kannst du hier hingehen und einen dieser fairen Werte aussuchen oder auch mit den Hilfskursen arbeiten. Ich gehe mal auf den fairen Wert bereinigt. Das wird das gleiche sein, was ich mit AMD machen werde. Und dann mal hier Prognose für 2022. Hättest du aufs Jahr eine Renditeerwartung von 13,5%. Wenn du Intel bewertest mit einem KGV von 10,3% hier. Das und basierend auf der Prognose des bereinigten Gewinns. Da soll dann wieder der bereinigte Gewinn ganz leicht Rekordhöhen erreicht haben bei 5,51. Momentan bei 5,31. Also das wäre jetzt die Renditeerwartung pro Jahr 13,5%. Die sich zusammensetzt aus Kursgewinnen und Dividenden, aber der Löwenanteil noch Kursgewinne. Gucken wir uns mal an, wie das bei AMD aussieht. Risiko-Renditeerwartung. Da ist es schon etwas schwerer. Wir haben eine sehr unstete Gewinnentwicklung. Wir haben eigentlich erst hier ab 2017, 2018 tatsächlich positive Cashflows und Gewinne. Ich würde hier nur mit dem bereinigten Gewinn arbeiten. Und der ist hier noch sehr niedrig ausgefallen. Deshalb war das KGV auch schon sehr hoch. Da kam aber schon der Umschwung. Er wurde schon erkannt von Mr. Market. Ich würde ab hier quasi bewerten. Ab dem würde ich reinnehmen. Das ist ein relativ kurzer Zeitraum. Da kämen wir auf ein KGV bereinigt von 52 anstatt um die 10 von Intel. Das heißt, die fünffache Bewertung von AMD im Vergleich zu Intel. Das sagt auch schon, oder das deutet schon an, dass wir hier sehr viel eingepreist haben, dass wir hier auch tendenziell ein hohes Risiko haben, wenn wir in diese Aktie gehen. Jetzt gucken wir uns mal den Fernwert bereinigt an. Den siehst du dann entsprechend hier. Jetzt kann ich ja noch ein bisschen mehr reinzoomen. Und dann haben wir hier den aktuellen Aktienkurs. Was ich gerne mache, ist, ich möchte mir das kurzfristige Rückschlagspotenzial anzeigen lassen, wenn es jetzt dann doch irgendwo nicht so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben bei AMD. Wenn die Aktie nachgibt, dann wäre das das hier und das läge bei ungefähr 26 Prozent. Und das wäre ja dann der Aktienbewertung mit dem KGV hier bereinigt von 52. Es gibt ja diese PEG-Formel, Price Earnings Growth, wo man dann sagt, wenn wir ein Wachstum haben, wenn wir ein KGV haben von 50, dann sollte das Unternehmen den Gewinn auch um 50 Prozent pro Jahr steigern, so in die Richtung. Dann käme nämlich eine Eins raus. Und du siehst, dass also AMD selbst da noch überbewertet wäre in diesem Price Earnings Growth. Weil die Growth siehst du hier, Growth bereinigter Gewinn, liegt jetzt hier tatsächlich für das Jahr 2020, das extrem gut gelaufen ist, bei 75 Prozent. Aber soll dann eben rückläufig sein, 49 Prozent, 30 Prozent. Und dann wären so hohe KGVs schon relativ sportlich. Aber wir lassen es mal so, um herauszufinden, was, wenn es wirklich gut läuft, das Potenzial ist, diese Aktie. Und da verbinden wir dann auch, wie wir es bei Intel gemacht haben, die beiden Punkte. Der aktuelle Aktienkurs mit dem fairen Wert, basierend auf dem bereinigten Gewinn, während die Aktie 135, 136 US-Dollar wert, würde aufs Jahr eine Rendite bedeuten von 18,6 Prozent ausschließlich Kursgewinne. Das heißt, mehr als bei Intel, wo es um die 13 Prozent gewesen sind. Auf der anderen Seite hast du, meiner Meinung nach, ein deutlich höheres Risiko, aber auch bei AMD, einfach weil da nicht so viel eingepreist ist. Und das muss dir natürlich auch bewusst sein. Alles nur meine Meinung und keine Kaufempfehlung. Ich möchte dies an dieser Stelle noch mal erwähnen, beziehungsweise zum ersten Mal. Gut, ich hoffe, das hat dir ein paar Einblicke gegeben, falls du dich fragst, Tendbagger oder ByTheDip, AMD vs. Intel. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!